moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen folge von mickey blue für den nice scheiß oder wieder nice scheiß für euch und zwar wieder als erster deutscher den neuesten solo anime money clash super easy super einfach easies ohne ende duplizieren und das ganze solo rucki zucki wie ich sehr einfach jeder kann das sehr leicht sehr schnell sehr cool easies die 1,8 millionen gta-dollar bringen immer wieder verdoppeln ich glaube man braucht eine minute oder zwei irgendwie so und natürlich nur für meine nice scheiß mit wieder auf mb glitching mickey blue oder mickey blues livestream wdh auf youtube nur wer dort die mitgliedschaftsstufe mickey blue plus besitzt kann die videos sehen ja ich würde mal sagen viel spaß mit dem glitch an die die dann mitglied werden wollen die mitglied sind oder schon sind und bleiben haut rein ohne euch bin ich nix zusammen mit nem lícki sie